Hallo, hier ist Ronja und wir spielen mal wieder Minecraft Wolf, ein stabiles Modpack und eine gute Map. Heute mit dem Entwickler, dem lieben Schummel, der jetzt mal erklären kann, was da los ist. Warum stürzen wir die ganze Zeit ab, Schummel? Was ist da los? Also, ich kann alles erklären. Die Command-Blocks sind anscheinend fehlerhaft. Oh, danke. Everytime, huh? Ronja, das ist ein Sprott. By the way, ich bin scharf. Hallo. Nicht, dass ihr mich jetzt tiltet. Toast, du bist nicht scharf. Das ist eine Lüge. Ich bin scharf. Ich sehe scharf aus. Nee, das ist eine doppelte Lüge. Nee, das ist die Wahrheit. Okay, wenn du das... Wisst ihr, ihr verleugnet die Wahrheit. Du bist das Einzige, was an dir scharf, ist deine Zunge. Äh. Hä? Wo macht denn das jetzt Sinn? Wo macht das jetzt Sinn? Was soll denn das jetzt? Erzähl dir sowas. Ich lute. Schummel, willst du ein Secret-Sinn auf der Web? Äh, wenn ich den Secret sehe, ich weiß nicht, ihr habt ja, glaube ich, ein paar neue eingebaut jetzt, ne? Ein paar. Ronja, willst du auch ein Secret sehen? Ja, Flo, komm, ich will auch ein Secret sehen. Wo bist denn du? Ich möchte nur mein First-Protokoll sein. Ronja, komm mit. Ich bin beim Wolf-Tester, wo bist du? Die sind lange nicht mehr gespielt. Alles, was hier... Aua. Hier ist... Florian, wo ist dein Aufenthaltsort? Mein Aufenthaltsort befindet sich, äh... Ja, in einem gewissen... Wieso sind hier so viele Pilze unterwegs? Waren hier schon immer so viele Pilze? Warte, ja, doch, da bist du. Wir müssen noch auf Schummel warten. Ah, okay. Lass uns doch mal hier hinsetzen, das Lagerfeuer. Ah, schön. Ich drehe sogar mein Kopf, wo will ich? Du musst immer... Nein, okay. Wisst ihr, wie oft ich Flo jetzt schon gesagt habe, es hat seinen blöden Kopf richtig rum aufsetzen? Und er sitzt dann so da. Ich mach Yoga. Lagerfeuer, sing das Lagerfeuer Lied. Das LKHM-Zeit 90, 30.000 Lied. Lied geht auch für schneller. Ach, Florian, der macht deinen Kopf richtig. Au! Einfach mit... Dum, dum, dum. Schön. Wo ist denn Schummel? Warte, was wollen die denn? Ich komme. Wir wollen, dass du kommst. Du musst in unser Kondukt kommen. Flo will dir zeigen, was er Schönes gebaut hat. Wo seid ihr jetzt? Das stimmt gar nicht, das habe ich nicht gebaut. Das hat die Map von alleine gebaut. Ich will dir zeigen, was er Schönes während der Spielzeit gebaut hat, wo er eigentlich... Wo seid ihr? Schummel, du bist gerade... Le... Le... Blahundehütter. Ach, ihr seid da oben, ne? Nein, Schummel. Ja. Links. Nein. Wo ist die Hunde? Schummel, wie kannst du... Okay. Ich schreib dir jetzt einen geheimen Ort. Und dann sagt nochmal, ich habe schlechten... Nicht da oben! Also echt. Schummel, du warst schon fast da! Und dreh dich um, dreh dich um. Du warst schon fast da! Ja, ja... Lauf, Alter! Die Weg nach! Die Weg... Ja, ja, ja! Nein! Das ist so da oben! Dreh dich nach links! Dreh dich nach links! Aua! Komm jetzt! Ich gehe da in die Richtung und ihr sagt, ne, nicht in die Richtung! Jetzt stelle ich mich doof, okay? Hast du die selber gebaut? Nein! Nein! Ihr seid unter die Weg! Nein, Schummel, guck mal! Hier hinten, schau mal, was da steht! Ach so! Nein, Tubsbots ab! Was, hab sie schon da? Ich hab's nicht abgebaut! Nein! Nein, das stimmt nicht! Das ist dann vorher was anderes! Ich weiß nicht, was du hast, Flo! Ich loot jetzt einfach mich selber! Eigentlich richtig, was? Du lootest dich selber! Ich finde es gut, dass es auch gar nicht das Spiel kaputt macht, wenn einfach tausend Kisten auf einem Haufen stehen und man die alle looten kann! Also, ich weiß nicht, wie das war! Mach doch nicht! Ich wollte mal eine Map hinzufügen und da waren einfach ganz viele Kisten und dann ist die Map immer gecrashed! Und das war irgendwie das Problem für die Map! Ich weiß nicht, ob das jetzt hier vielleicht auch noch zum Problem werden könnte! Ne, davon würde ich nicht ausgehen! Wir können mal, wir können mal Tubs... Au! Au! Ah! Wir können mal Tubs töten und dann crash! Nein! Nein, 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 nein! Hört auf, hört auf! Oh mein Gott! Was? Du hast Tubs wirklich keine Schuld? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht! Du hast keine Schuld! Du hast keine Schuld! Nein! Ich fühl mich schuldig! Achso! Äh! Ronja! Ronja! Schummel! Schummel! Danke! Danke! Wo bist du? Ich hatte einen Lebensretter, ich hab mich weg-teleportiert! Ha! Das ist doch... Das ist aber nicht so schön! Ich fühl das gut! Jetzt kann ich mich in Ruhe hochheilen! Warte, wie komm ich wieder hier hoch? Gar nicht! Du hast ein Bierchen! Was ist denn da los? Warum ist der Ausgang jetzt weg? Du kann dich kein Wiederbeleben. Hey, was ist denn da los? Wieso komm ich jetzt hier nicht mehr raus? Warum ist Flo jetzt auch noch geliebt? Was ist denn los mit denen? Ronja, wo bist du? Ich wüsste auch gern. Warte, warte, ich bin gleich frei. Ich bin frei. Ich bin beim Baum. Warte, was? Hä? Wird das passieren? Ich seh dich. Das trifft sich gut. Ich seh dich. Siehst du mich nicht? Doch, ich hab dich eben gesehen. Nur noch eine Minute. Oh Mist. Oh, moin. Nein, warum? Warum? Ich dachte, das killt. Das killt nicht ganz. Aus meiner Erfahrung hat das immer gekillt. Ich hasse dich einfach nur. Flo, Flo, ich hasse dich einfach nur. Tubs wollen Tubs stinken abbauen. Aber ich habe ihn weggenommen und ihn nochmal gekillt. Das ist natürlich schön. Nett von dir Flo. Du bist echt so ein toller Kamerad. Weißt du das? Oh nein, du hast mein Gold grad geklaut. Und ja, das war mein Gold von Anfang an. Nein, nein, das war mein Gold. Ich kannte dein Gold. Ich glaube, wenn es eigentlich mein Gold war. Bo Schummel, kannst du bitte mal die Wahrscheinlichkeit für Steinschwerter oder so erhöhen? Steinschwerter? Ich hab jetzt passiv Hass gegen diese Holzschwerter. Ja, ich hab jetzt schon wieder acht Stück davon. Äh, darf ich mal eben kurz was über die Wahrscheinlichkeiten sagen? Ihr seht ja diese hellbraunen Kisten. Ich hab keinen Steinschwerter gefunden hier oben. Schon wieder? Also so erste Stufe und zweite Stufe. Und die Holzschwerter gibt es eine erste Stufe. Und die Steinschwerter gibt es eine zweite Stufe. Dass du die ganze Zeit Holzschwerter findest, liegt daran, dass du die ganze Zeit nur irgendwelche Stufe 1 findest. Ja hör doch mal auf Tubs. Ja genau. Ich zum Beispiel habe schon ein Diamantschwert gefunden. Nein, 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 nein. Du krass mich an, du krass mich an, du krass mich an. Oh, das ist nicht gut. Ich will zwei Leute random zu schlagen und so sehen wie die aussausten. Du darfst aber eigentlich nicht machen. Warum? Weil das in normalen TTT nicht so ist. Du darfst doch Leute anschließen, geht doch. Nein, darfst du auch eigentlich nicht. Darfst du gar nicht machen. Warum nicht? Aber wenn du auf einen Server gehst mit random Leuten, weil du vielleicht keinen eigenen Server hattest früher, und dann in so Lobbys gegangen bist, wo halt hoffentlich wenig Leute, dann waren die immer richtig wütend, wenn irgendwas war. Okay. Ich bin übrigens ein Schaf, das heißt, ich kann nicht böse sein. Flo, du musst mir OP geben, sonst kann ich mir nix aus dem Shop kaufen. Das ist mir jetzt egal. Flo, das ist unfair, gib mir jetzt OP. Okay. So top ist auch noch wütend hier. Ich brauche mehr Rubies. Meister. Irgendwie... Ich finde immer Emeralds ohne Ende, aber die bringen einfach gar nix. Ich nicht. Ich hole mir jetzt ne gute Waffe. Das ist schön vor Flo. Wie zum Beispiel... Batman. Wow. Danke für diesen musikalischen Beitrag. Wir freuen uns jetzt... Denn niemand fühlt sich dadurch besser. Wir fühlen uns erleuchtet. Ja doch. Erleuchtet, dass du... Nein. Ich wünschte, du würdest deine musikalischen Beiträge stoppen. Schummel, du musst mal gucken, dass man sich Geschenke holen kann. Irgendwie hast du das wieder verpackt. Ja, Geschenke gehen nicht durch. Ich konnte mir eben ein Geschenk holen. Ja, weil du auch Schummel bist. Schummelst auch. Oh, Schummel. Ich cheat mir meine eigenen Sachen hier. Hallo, Schrumpel. Warte mal. Ich versuch mir jetzt ein Geschenk zu. Es geht nicht. Schummel 12. Ich geh jetzt ins Baumgeheimnis und hoffe ich sterbe nicht dabei. Wie es in der Vergangenheit schon oft. Der ist jetzt eigentlich Wolf. Bestimmt ja gar keiner. Ich bin nicht Wolf. Hä, vielleicht sind wir einfach niemand Wolf. Vielleicht ist der Leerzeichen der Wolf. Äh, entweder ist Chaos Row 44 oder schon mehr. Ach, dann war ich... Ja. Chaos Row. Ich bin's nicht. Flo, du hast gerade in den Chat geschrieben, dass... Der Wolf ist. Der Wolf ist Leerzeichen. Eben, meine ich ja. Das stimmt ja auch. Ha. Äh. Aber das ist ja komisch, wenn niemand Wolf ist, ne? Was sagt man denn dazu? Können wir auch einfach testen gehen? Wir können auch einfach testen gehen. Funktioniert der Tester? Es ist... Ich glaub der Tester ist anders. Wurde am Anfang gezeigt. Ja, aber jetzt hat Schummel ja offensichtlich einen Schafpilz. Ja. Wenn er das uns vorschlägt. Ja, ne? Also ich würd Schummel töten, oder? Also ich vertrau Ronja ausnahmsweise. Ich vertrau dir ausnahmsweise. Okay. Ich hab'n Bogen. Ich hab'n Schwert. Wenn sich jetzt jemand dem Tester nähert, dann töte ich ihn. Schummel, hör auf mich anzugreifen! Du bist schlecht im PvP. Ah! Oh, was ist denn das hier? Ja. Oh! Ich glaub'n Schwarzverkenzler ist da. Mensch. Das ist, äh, das passiert selten, oder? Dass der auch mal auftaucht. Naja, der Spawn nur manchmal. Haben wir grad Glückschummel. Schummel. Schummel, du bist schlecht im PvP, das sag' ich dir. Ich wusste es, by the way! Ich hab' Eisenrüstung gehabt, du bist einfach nur schlecht im PvP, du hast mich einmal gehettet. Und wenn du mich gehettet hast, dann hast du mich danach keine zehn Sekunden weiter getroffen. Oh, Schummel! Oh, Schummel! Rangedweb! Oh, verdammt! Ich dachte, ich mach' dir mehr Schaden mit meiner Soldier-Rüstung. Oh, Schummel! Anfängerfehler! Ah, Anfängerfehler! Moment, da musst du aber auch wohl leben! Ich kenn' mein eigenes Projekt nicht. Ich wollte auch grad' sagen, hast du das nicht gebaut, den ganzen Grab? Jaaa... Altsums eingefügt! Das war echt, das war echt ne bader Runde von mir. Oh, da ist ne Eisenkiste, die hab' ich grad äh, ist jetzt... Ja, okay. Easy. Ich hab' grad einen Pfeil gefunden. Bruder war ich auch mein Abenteurer. Ich hab' zwei, Pat! Oh, da haben wir aber Glück jetzt hier! Was, dass der noch ein zweites Mal hintereinander auftrat? Das ist, äh... Normalerweise passiert das nie. Wirklich, Schummel, da wird ne Special-Runde gezogen hier. Haben wir richtig Glück gehabt, Schummel. Hast du Schwarzmarkt-Händler, oder was? Ja, ist schon wieder, ist der im Haus, äh, beziehungsweise... Oh, heftig! Und was gibt der so für Items? Oh, diverses! Da musst du halt immer den, äh, Schwarzmarkt-Händler fragen, was der grad aktuell im Angebot hat, ne? Ja, klar. Oh, nein! Tops, nimm die nicht! Das ist die, wo der Sauer crashed! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist das diese komische... Nein! Das ist mein Ding! Das darfst du nicht an... Nein! Ist das die Rüstung, oder was ist das? Okay, dann nimmst du halt, ist egal. Ja, Tops hat ne Rüstung, äh, vom Schwarzmarkt-Pendler bekommen die 2 PS. Ist das diese komische Orange, die, wenn man hoch springt, und endlich weiter fliegt? Die darfst du nehmen! Ja, 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 okay Ronja, wie kann ich ihnen helfen? Ah, ja, ich mein, gab's nicht früher noch ne Regel, dass ich dir meine Items geben muss, ist das einfach mittlerweile abgeschafft? Was soll das denn zum Beispiel sein? Ich weiß es nicht. Aber schlag mal Tops damit. 35 Range Damage. Okay. Ja, ich mein, ich zieh mir erstmal meine Rüstung an. Was macht die? Oh! Okay. Ja, das ist ja gut. Ich frage mich mit dir ein Geschäft zu machen. Wer hat das gerade in den Chat geschrieben? Ähm, ja, ich mein, warte mal. Oh, ich hab noch ne leckeren, äh, ähm, Diamant zum Essen. Ja. Schummeltest du auch niemand? Bringt mir das? Schummeltest du auch niemand? Schummeltest du auch niemand? Schummeltest du auch die Dagger? Okay. Du kannst dir jederzeit, äh, du kannst jetzt ja mit dem Schwarzmalkentler handeln schonmal. Das ist natürlich schön. Äh, viel Dank, äh, Schwarzmalkentler. Wieso hast du da einen? Ja. Schön. Warte, komm ich hier raus? Ja. Nice. Wo seid ihr denn? Eigentlich. Ich hab ne Eisenhose. Ich hab ne Eisenhose. Ronja, ich hab ne Eisenhose. Ronja, ich hab ne Eisenhose. Wieso ist das ne Schusswaffe? Ronja! Tops! Tops, schicke dich. Wieso, das sieht nicht aus wie ne Schusswaffe. Warum ist das ne Schusswaffe? Das ist ja aus dem Zaun. Hallo. Tops, okay. Tops, jetzt mal unparteiisch, komm mal her. Nein. Komm her. Nein. Tops, komm mal her. Tops, komm jetzt her. Tops, komm jetzt her. Tobias. Ich will nie. Ich bin ein MPC. Ja. Tops ist doof. Ne, ich bin, ich bin eigentlich... Wie soll sich mein schießenden Zaun angucken? Aber er will nicht. Du willst auf mich drauf schießen? Nein, ich bin ja kein Sch... äh, Wolf. Ich hab's gesehen. Das sieht aus wie... Jaja. Was sagt Jummel eigentlich zu Marie 2.0? Jetzt... Jetzt kann ich auch kein Geschenk mehr kaufen. Ja. Oh, oh. Wer ist Marie 2.0? Marie ist das Schwein, was eingeführt wurde, wodurch der Sauber noch ein bisschen mehr laggt und öfter crashed. LOL! Hier kommt man raus. So. Äh, wo seid ihr denn eigentlich? Ja, da will der Wolf wissen, ne? Ich spiel nicht mehr mit. Wieso spielst du dich mehr mit? Weil... Ja, mein Körper wurde vom Schwarzen Markthändler aufgesagt. Oh. Oh. Das ist wirklich... Ja. Willst du euch auch ein bisschen was vom Schwarzen Mark? Ähm, vom Schwarzen Mark? Guck mal, Schummel, du kannst es dir angucken. Das sieht aus wie ein Zaun, oder? Aber das kann schießen. Wenn ja... Was ist das denn? Das weiß niemand. Ey! Das hätte mich gekillt! Schummel ist es! Ja, du hättest mich gekillt, du hast mir Slime-Fed geprockt. Ich fühl das nicht mehr. Du bist blöd. Du bist blöd. Ich find's nicht. Es ist im Wasser verschwunden, wir werden es nie wieder finden. Manja! Ab uns. Flo! Oh, ich hab's... Wo seid ihr? Wir sind im Wasser. Ja. Wir schwimmen bei der Hitze. Was machst du so? Halt Abstand. Halt Abstand. Ich seh dich. Ich bin scharf. Beziehungsweise, ich seh den Schwarzmarkt-Händler. Hast du... Schwarzmarkt-Händler, komm her. Guten Tag, gib mir alle deine Items. Alle meine Items? Ja. Was hast du denn da schon wieder? Nein, gib mir einfach alles. Ich hab hier ganz viel davon. Was ist das? Ich hab hier... So bist du eigentlich 2D. Man schwebt noch. Warum nicht? Das hab ich noch. Das hab ich. Und das. Okay. Viel Spaß. Oh! Schummel, komm her. Wieso? Moment. Halt Stopp. Halt Stopp. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Wieso fühle ich mich nicht schuldig? Ich bin nicht der Wolf. Schummel. Sicher? Schummel, du hast den... Du hast den Loot noch vergessen. Oh, danke. Warte, wollen wir tauschen? Du musst mir all deine Waffen geben. Was ist passiert denn da? Schummel! Schummel will uns hochjagen. Aber ich hab kein Damage gekriegt. Ja. For some reason. Was ist das? Oh nein! Oh nein! Bin ich gegrowtist? Ja, du wirst gegrowtist. Das sieht man leider nicht. Nur, dass mein Screen lenkt. Ach, wie schön. Wie viel Schaden... Wie viel Rüstung hast du eigentlich gemacht? Ja, viel. Warte mal, ich... Ich kill dich jetzt. Mein Freund. Oh nein! Ich werde sterben! Oh nein! Oh nein! 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 Oh! Was? Ich fühle mich sehr schuldig. Ja, ich war auch. Flohohohohohoho. Warte kurz... Warte kurz. Ich fühle mich sehr schuldig. Und ich bin groß und alles flackert. Hallo, ich bin wieder da. Was hab ich verpasst? Ey, war der schwarzabelt Jahr da? So ein Idiot... Ich kann nicht treffen! Wo bin ich? Welche�ode versammelt. cominmal... ich hab jetzt grad wirklich gedacht du hast wenigstens so gemacht und so getan ist ob du oh mein gott vielen dank gut dann war's das für diese folge wenn es euch gefallen hat dann das sei da runter und nein was gibt es zum nächsten mal tschüss